Warum geht das nicht? Das ist doch aber genau in der Lücke drin. Oder muss die Straße dazu weg sein? Dann geht das. So kann ich die Straße da jetzt dran bauen. Ach, das geht beides nicht. Ach, schade. Und Förderband würde noch dran vorbeipassen. Na gut, da würde ich eigentlich lieber die Schiene stehen lassen. Oh, wo ist denn das überhaupt? Was hat denn der jetzt für neue Nachbarorte? Donnburg-Kamburg. Warum auch immer das ist. Öderan. Das ist auch irgendwo bei Kempz, glaube ich. Wer? Ortenberg. Na gut, Weringenstadt hat man schon. So, hier oben haben sie Holz. Und die wollen Eisenbachen haben. Ja, schade, dass hier nicht beides durchpasst. Das wäre doch mal so ein Knaller gewesen. Dann geht halt nur die Versorgung per Schiene. Passen wir wenigstens zwei Gleise rein? Ja, das geht. Ah, verstehe ich nicht, warum die Straße nicht geht? Na gut, muss man, glaube ich, auch nicht verstehen. Das ist hier aber mal eine Brücke drüber. Und zwar so. Eine Flachbrücke nennt sich das. Gut, Passagierverkehr wird sich ja wahrscheinlich noch nicht so sehr lohnen. Und wenn die erstmal Eisenbachen haben wollen. Würde ich sagen, machen wir mal einen Passagierbahnhof. 30er Standardlänge. Das ist natürlich auch eine blöde Stelle, ne? Weil wir die dann, weil wir die dann die Straßen da zubauen. Sinnvoller wäre, fand ich das eher so zu bauen. Direkt der Bürgermeister hat dann direkt seine Bude am Bauernhof. Und das ist einfach jetzt hier so dran zu flanschen. Was da jetzt cool wäre, wenn das einfach als zu einem Bahnhof zusammengezogen werden würde. So, haben wir halt dann diesen kleinen Schlenker hier drin. Aber gut, egal, macht nix. So, welcher Höhe kann man da am besten hin? Das heißt, ich würde bis zu der hochbauen hier und dann das einfach runterführen. Nein, das würde ich platt machen, dass der Zug da jetzt nicht nochmal extra hochfahren muss. Dann müssen wir gucken, wo wir dann das Kupfererz hinbekommen, herbekommen. Jetzt mal schnell elektrifizieren, den Abschnitt hier. Es kam auch die Frage mit dem, ob es möglich wäre, dass ich die Folgen so schneide, dass immer eine Aktion oder ein Themenkomplex eine Folge ist. Wie zum Beispiel eine Folge, wo ich hier die Strecke baue, auch wenn die Folge über 12 Minuten 30 oder so ist, wurde auch gefragt, das Problem ist halt an der Sache, dass ich gern von einer Aufnahme von zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden gerne immer die zwölf Folgen rauskriegen möchte, die halt dann dem Video nach, also was dann halt zwei Wochen abdeckt. Und da geht das halt schlecht, wenn ich dann irgendeine Folge 30 Minuten mache und dann fehlt mir da irgendwo eine Folge am Ende. Also das ist dann wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass ich das machen werde. Ich meine, so schneiden, dass ich, ähm, dass ich nicht mehr unterbrochen werde, im Satz. Wie gesagt, das ist jetzt realistisch, aber dann jetzt sowas irgendwie, nach irgendwelchen Folgen da noch und zack, Themenkomplexen, das ist dann, weiß ich nicht, kann ich glaube ich jetzt eher nicht versprechen, dass das klappt. Aber ich jetzt natürlich so ein bisschen verstehe, wenn die Leute sagen, hier, also, die Folge immer ein Themenkomplex ist, aber ich glaube, das ist, gut, ich will jetzt nicht sagen, unrealistisch. Aber wie gesagt, ich hätte gerne von einer, so von meiner Standard zweieinhalb Stunden Aufnahmesitzung, hätte ich dann wirklich gerne die zwölf Folgen für zwei Wochen raus, weil sonntags kommt ja nichts. Daher bitte ich um Verständnis, wenn dann vielleicht immer zwischen, wenn es vielleicht einen Cut in einer konkreten Baumaßnahme dann gibt und es einfach eine nächste Völker weitergeht. So, jetzt machen wir das Äußeren, also das andere Gleis. Äußeres Inneres Gleis, das kann man jetzt hier nicht so unbedingt festlegen. Also, das passt jetzt mit der Brücke wahrscheinlich jetzt hier nicht, oder? Ne, okay, da muss die ein Stück eher vom Abstand kommen. Nehme ich so. Achso, die könnte man eigentlich auch gleich. Dann spart man sich einmal das Hohen-Runtergefahr. Ne, das geht da wieder nicht. Dann müssen wir kurz hier mit diesem Trick Zwischenbrücken. Und dann können wir das hier so runterbauen. Stromversorgung drauf. Warum ist denn das eigentlich hier so gemacht worden? Ne, jetzt passt so, da war das der, die Pfosten, die waren waren falsch rum. So, Signale hin. Hier Signale hin. Und dann hätten wir schon mal hier eine Trasse. Könnt ihr schon mal einen Passagierzug hier durchs Nadelöhr fahren. Lübt hier ein Axel ist voll durch den Holzrahmen. Das Problem ist, hier gibt es noch gar keine Passagiere. Das heißt, wir bräuchten jetzt erstmal einen Zug, der die Eisenbahnen da jetzt abliefert. So war man mal eine Eisenbahnenproduktion. Wo war denn das? Zug fährt hier runter. Ich muss erstmal die Strecke nachverfolgen, ob das überhaupt geht. Hier runter. Kann sich dann hier entscheiden. Fährt dann hier runter. Durch den Kreisel. Aber das ganze Eisenzeug, das war hier, ne? Kommt der von hier? Fährt hier hoch? Hier runter? Ach, der müsste dann im, der müsste dann im Kreisel umdrehen. Das ist, glaube ich, auch nicht so toll. Dann ist es, glaube ich, mal der Punkt, wo man irgendwie hier einen Abzweig bauen müsste. Nur für einen Zug. Okay, ist das halt so. So. So, dann kann der Zug schon mal herumfahren. Und wir gucken. Also. Also.